Hallo und herzlich Willkommen bei 10x Trading. Im heutigen Video analysieren wir im Detail die Märkte und es gibt ein Update zu drei Aktien von der 10x Watchlist. Vor es los geht noch ein Hinweis auf den Black Friday Sale von TradingView. Die Chartsoft werde ich in den Videos benutzen. In dieser Woche bis Freitag, den 24. Oktober könnt ihr euch bis zu 70% sparen auf die Jahresabos plus einen Gratismonat. Link zum Angebot in der Videobeschreibung. Bevor wir mit dem Video starten, ein Hinweis auf die letzten Aktienvideos. Gestern gab es ein DAX Spezial mit der Bayer Aktie Siemens Energy und der Porsche AG sowie ein Solar Video mit Enphase Energy, Solar Edge und Cinco Solar. Und heute gab es das Aktienvideo mit Detailanalysen zu Palantir, Fryer Battery und 3D Systems. Links zu den Videos in der Videobeschreibung. Wir beginnen das heutige Video direkt im Wirtschaftskalender. Heute nochmal darauf achten, verkürzter Handel in den Vereinigten Staaten. Thanksgiving heute um 19 Uhr unserer Zeit schließen dort die Börsen. Ab nächster Woche dann wieder volles Volumen und natürlich auch volle Handelszeit. Heute um 8 Uhr morgens gab es das Bruttoinlandsprodukt aus Deutschland. hat sich erwartungsgemäß abgekühlt. Auf Quartalssicht sogar etwas stärker als prognostiziert mit minus 0,4 Prozent. Auf Jahressicht ein Minus von 0,1 Prozent. IFO-Geschäftsklimaindex hat sich minimal aufgehellt. Zum Vormonat kam rein mit 87,3. Allerdings etwas unter der Prognose. Um 11 Uhr gab es eine Rede von Christine Lagarde. Und dann um 3 Viertel, 4 um 15 Uhr 45. Die Einkaufsmanager-Indizes im verarbeitenden Gewerbe und bei den Dienstleistern. Und das ist sehr, sehr spannend. Wir sehen bei den Dienstleistern sogar nochmal einen leichten Abtick. Also dem Konsumenten scheint es nach wie vor relativ gut zu gehen. Während wir im verarbeitenden Gewerbe jetzt einen Rutsch sehen in den rezessionären Bereich mit 49,4. Kam da sogar etwas unter der Prognose rein. Die lag bei 49,8. Wir werfen noch einen Blick aufs Sentiment. Der 4 in Greed Index ist leider schon im Wochenende. Wirft aktuell keine Daten aus. Als ich das letzte Mal geschaut habe, waren wir hier aber mitten im Bereich der Gier. Habt das bitte im Hinterkopf. Auch die AA-II-Sentiments-Befragung vom Mittwochabend ist sehr bullish ausgefallen. Und zwar die bullishste Auswertung jetzt in den letzten drei Wochen. 45,3% sind bullish. Nur noch 23,6% sind bearish. 31,1% sind neutral. Und auch die YouTube-Umfrage ist natürlich unverändert bullish. 54% von euch haben am Mittwochabend mit bullish geantwortet. 25% sind neutral und nur 21% von euch sind bearish. Aber gerade dieses Ergebnis bei AA-II muss uns definitiv ein kleines Warnsignal sein, dass wir jetzt hier die dritte Woche in Folge so bullish sind. Und jetzt vor allen Dingen wirklich historisch sind es 37,5% bullen. Aktuell 45,3%. Da läuft das Sentiment an der Wall Street aktuell, muss man ganz klar sagen, schon etwas heiß. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gerne dein Like da, dass es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt. Und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Damit kommen wir zur Chart-Analyse und beginnen mit den Rohstoffen und schauen zuerst auf WCI Crude Oil. Wir sind hier weiterhin in unserer Handelsrange zwischen 75 und etwa 78,78 Dollar und 50 Cent. Und das ist hier meines Erachtens sehr, sehr wichtig. Haben wir am Sonntag im Marktbriefing auch einige Grafiken zu dem Thema. Die CTAs, die Commodity Trading Advisors, die haben Aufwärtsrisiko, was den Ölpreis angeht. Allerdings nur in einem Aufwärtsszenario. Also das Spiel, dass der Markt zuerst mal steigen muss, gewisse Widerstände brechen muss und dann springen die Trendfolger entsprechend hinterher. Und meines Erachtens wäre das getriggert, wenn wir aus der 200-Tage-Linie hier wirklich ausbrechen. Und vor allen Dingen auch hier die 20-Tage-Linie rausnehmen. Dann Zielzone bis 83, 84 US-Dollar. Und das würde natürlich dann auch wieder dafür sorgen, dass der Dollar potenziell etwas Stärke bekommt, dass die Zinsen auch Stärke bekommen. Und das natürlich dann eben der Trigger sein könnte für eine Gesamtmarktkorrektur. Aktuell sehen wir aber noch keine Stärke beim Ölpreis. Achtet mir bitte ganz genau auf den Support bei 75 US-Dollar. Sollte der brechen, dann müssen wir nochmal damit rechnen, dass wir sogar die Tiefs sehen. Potenziell auch unsere übergeordnete große Zielzone noch bei etwa 70 US-Dollar. Wir kommen zu den Natural Gas Futures und auch hier warte ich weiterhin auf eine Entscheidung vom Markt. Ich bin hier an der Seitenlinie derzeit beobachtet, den Markt aber sehr genau. Für mich ist der große Abwärtstrend hier relevant. Wenn wir den brechen, sehen wir meines Erachtens auch nochmal Kurse deutlich jenseits der 3 US-Dollar zuvor. Kann es allerdings nochmal etwas größere Volatilität geben. Wir sehen jetzt aktuell auch die 20er-Linie im 4-Stunden-Chart hier als Widerstand. Wir sind auch derzeit unter dem meines Erachtens kritischen Level hier von etwa 2,86 Dollar. Aktuell bei 2,85 Dollar. Das ist jetzt hier sehr, sehr knapp auch in unserer Zielzone. Hier der große übergeordnete Aufwärtstrend. Meines Erachtens müssen wir aber immer noch wachsam bleiben. Es kann hier jederzeit noch zu einem Washout kommen in Richtung 200-Tage-Linie. Das wäre die Zone um 2,60 bis 2,68. Sprechen wir jetzt auch schon seit einigen Tagen drüber. Hier in dieser Zone beobachten wir den Gaspreis jetzt mal ganz genau. Seid euch aber auch völlig im Klaren, dass es hier gerade in diesem Bereich, bis es dann zum Breakout kommt, durchaus noch zu großer Volatilität kommen kann. Wir kommen zum Goldpreis und der hält sich aktuell noch sehr, sehr wacker. Ist jetzt hier aus der nächsten Konsolidierung potenziell ausgebrochen. Für was es hier noch nicht reicht, sind neue Hochs. Wir sind aktuell ganz genau bei den 2,000 US-Dollar. Für mich ist allerdings die Zone bis 2,009 US-Dollar hier die Widerstandszone. Wenn wir die brechen, haben wir die Zielzone auf dem Schirm 2030 bis 2060 US-Dollar. Seid mir jetzt aber hier gerade kurzfristig sehr, sehr vorsichtig. Auch beim Bitcoin sehen wir ähnlich. Derzeit hier das Festfressen an diesen Widerständen. Der Bitcoin hat heute kurz ein neues Verlauf hochgezeigt. Schauen wir uns gleich im nächsten Clip an. Gold hier auch am lokalen Widerstand angekommen. Hier kann es zum Shortsquiz kommen, wenn dieser Widerstand bricht. Allerdings müssen wir uns alternativ dazu dann auch natürlich mal das Szenario anschauen. Was ist, wenn hier beim Goldpreis gerade ein Doppeltop vorliegt und dann hier potenziell eben auch eine Harmonic bevorsteht. Das würde ins Bild passen, wenn möglicherweise der Ölpreis noch mal massiv anspringen würde. Wenn der Dollar noch mal stark steigen sollte, auch die Zinsen noch mal anspringen sollten, eben zusammen mit einem Ölpreis. Das würde dann hier durchaus eine Korrektur triggern können. Wir haben hier so ein gewisses Szenario auf dem Schirm, was uns mal ein bisschen eine Vorwarnung gibt. Deswegen wollen wir meines Erachtens den Goldpreis nicht mehr unter 1980 US-Dollar sehen. Hier lokal hält auch noch wunderbar dieser Aufwärtstrend. Der sollte intakt bleiben und wenn es dann den Breakout gibt, dann auch kombiniert mit neuen Hochs im Bereich 2030 bis 2060. Wenn wir jetzt hier allerdings größere Schwäche sehen sollten, dann müssen wir ganz klar über das Thema Doppeltop hier sprechen. Und damit kommen wir zum Bitcoin und auch der hält sich hier sehr, sehr wacker. Es ist hier der Kampf um die Herzlinie von unserem Trendkanal, den wir seit Ende Oktober verfolgen. Derzeit sind wir über der Herzlinie und das ist grundsätzlich positiv. Da wollen wir allerdings jetzt kurzfristig keine Kurse mehr sehen unter 37.500. Der 20er Schnitt im 4-Stunden-Chart, von dem wir uns jetzt ein bisschen gelöst haben, der läuft bei 37.100 und prinzipiell gilt weiterhin. Wir haben ihn jetzt hier zweimal verletzt, den Trendkanal. Das letzte Mal durchaus auch schon mit einem 4-Stunden-Schlusskurs drunter. Und wir sehen hier sitzen die Käufer, wenn das nochmal passieren sollte. Und wir sehen dann vor allen Dingen Widerstand an diesem Trendkanal. Dann müssen wir uns mit einer Korrektur auseinandersetzen. Das Level von 34.500 halte ich für hochspannend. Mittlerweile kommt uns sogar die 50-Tage-Linie hier sehr schön entgegen bei 32.900. Das ist herrlich. Nach so einem Extremimpuls, wie ihn uns der Bitcoin gezeigt hat, uns jetzt hier diese Konsolidierung anzuschauen. Und das kann natürlich dafür sorgen. Und das sorgt auch dafür, dass sich das Gesamtbild eben entspannt, dass dir die gleitenden Durchschnitte hinterherlaufen. Und damit schiebst du natürlich grundsätzlich wichtige Support-Levels immer weiter nach oben. Bitcoin muss aus den 38.000 Punkten hier wirklich final jetzt mal ausbrechen. Wir haben aktuell ein neues 52 Wochen hochgeneriert mit der letzten 4-Stunden-Kerze bei ganz genau 38.400. Aktuell sind wir wieder drunter. Hier braucht es den Breakout. Und dann läuft der Bitcoin in Richtung 42, potenziell 46.000 US-Dollar. Wir sehen es jetzt aber auch hier. Und das ist so wichtig. Wir bauen uns übergeordnet weiterhin steigende Tiefs. Auch jetzt hier gerade wieder zuletzt ein schönes Tief auf der 20er-Linie. Jetzt wird es hier ein bisschen parabolisch. Uns darf hier nicht die Kraft ausgehen. Sonst muss man wirklich auch hier mal mit einer Korrektur rechnen. Jetzt allerdings klare Schlusskurse über den 38.000 Punkten. Das würde meines Erachtens, vor allen Dingen nachdem sich hier durchaus viel aufgestaut hat, dann durchaus einen größeren Short-Squiz triggern. Jetzt kommen wir zum US-Dollar-Index und danach zur Verzinsung der 10-jährigen Staatsanleihe. Und gerade der US-Dollar-Index zeigt uns weiter Schwäche. Wir haben zuletzt darüber gesprochen, dass wir über der 200-Tage-Linie waren und dass wir das durchaus ernst nehmen müssen. Jetzt sehen wir allerdings wieder, da zoomen wir jetzt mal etwas genauer rein, einen Dixie, der sich unter die 200-Tage-Linie verabschiedet, der uns möglicherweise hier auch einen Doppeltop zeigt. Adam und Eva Doppeltop. Aber auch wichtig, potenziell natürlich nach wie vor die Chance hier für ein höheres Tief beim Dixie. Deswegen habe ich uns hier jetzt mal diese kleine Harmonik eingezeichnet. Und diese Zone, in der wir hier sind, die ist ohnehin extrem wichtig. Jegliche Umkehrformation, jegliche Bodenbildungsformation müssen wir hier sehr, sehr ernst nehmen, weil es natürlich jederzeit sein kann, gerade auch nochmal Thema Ölpreis und natürlich generell hier die Situation beim Dixie zu respektieren, diesen Support hier zu respektieren. Das ist grundsätzlich auch ein extremer Abverkauf gewesen. Wir haben hier grundsätzlich auch das Formationspattern von einem Falling Wedge nach so einem starken Abverkauf. Darf man sich eben nicht wundern, wenn es dann doch mal zu einer größeren Gegenbewegung kommt. Deswegen lasst uns diese Zone hier sehr, sehr ernst nehmen, aber auch völlig klar erkennen, das ist aktuell ein Abwärtstrend aus fallenden Hochs und fallende Tiefs. Und deswegen ist mir das jetzt hier auch gerade so wichtig, schafft es der Dixie jetzt hier das erste Mal wirklich ein klares, höheres Tief einzuziehen. Und stehen wir dann möglicherweise vor einem Reversal oder gibt es vorher im US-Dollar-Index nochmal mehr Abwärtspotenzial. Vor allen Dingen unter den 103 wird es dann sehr, sehr interessant, weil dann bricht hier wirklich wichtiger Support. Und dann wäre die nächste Supportzone erst am 61er und 65er Fibonacci der Rallye, die wir seit den Juli-Tiefs gesehen haben. Und aktuell ist es wichtig, dass wir nicht nur auf den US-Dollar-Index achten, sondern gerade auch auf die Zinsen am Rentenmarkt. Die zeigen uns nämlich eine etwas andere Preis-Action aktuell. Während der US-Dollar-Index derzeit wieder in Richtung Tiefs unterwegs ist, schaukeln sich die Zinsen auf die 10-Jährige hier gerade nochmal etwas auf hier im 4-Stunden-Chart. Wir sind aber noch in der Range zwischen 4,533% und eben hier den 4,424%. Und das ist für mich hier völlig neutrale Preis-Action. Brechen wir drunter, dann entzündet sich nochmal das Feuerwerk. Auch an den Aktienmärkten natürlich fallende Yields dann bullish, nicht nur für Aktien, auch für Gold natürlich und für Krypto. Aber brechen wir hier aus aus den 5,33%, dann gibt es eine stärkere Gegenbewegung. Und dann muss der Markt vor allen Dingen auch wieder was einpreisen, was er jetzt zuletzt eher nicht gesehen hat, nämlich Zinsen von deutlich über 4,5% auf die 10-Jährige. Die wichtige Widerstandszone sehen wir dann bei 4,7%. Als wir da nochmal ausbrechen sollten, da würde es dann am Markt nochmal so richtig ungemütlich werden. Aktuell die Zinsen im neutralen Bereich, packt euch Preis-Alarm in dem Bereich um 4,55%. Das könnte ein kleiner Breakout sein und auch völlig klar in dem Bereich unter 4,4%, vor allen Dingen dann unter 4,383%. Da geht es dann in Richtung 4,2%. Damit kommen wir zu den Aktienindizes und beginnen mit dem Volatilitäts-Anex. Und hier muss ich ganz klar dazu sagen, wir machen das relativ kurz und bündig. Heute am Sonntag gibt es dann eine Detailanalyse zu den Indizes im Marktbriefing, auch mal mit Ausblick für Anfang 2024. Was wir heute sehen, ist ein Wix, der auf neue Multijahrestiefs fällt. Wir hatten hier die 52 Wochen Tiefs bei der Volatilität im Bereich von 12,7%. Aktuell sehen wir den Wix bei 12,5%. Wir wissen aber auch, es ist nie die erste Preis-Action, sondern was der Markt daraus macht. Deswegen lasst uns mal abwarten, wie wir heute ins Wochenende gehen und dann natürlich auch, wie der Wochenauftakt nächste Woche aussehen wird. Denn immer als der Wix hier zuletzt war im Bereich 12,7%, haben wir uns Support gesucht. Und es gab dann teilweise nochmal heftigere Korrekturen auch am Markt. Wir sind jetzt auch im 4-Stunden-Chart überverkauft bei der Volatilität beobachten. Die Indizes sind nahe der Tops, haben sich natürlich in den letzten 2-3 Wochen Rallye sehr stark festgefahren. Auch sind natürlich auch etwas heiß gelaufen. Der Wix bricht hier gerade auf neue Multijahrestiefs. Das kann der Trigger sein. Und auch das Umfeld für eine weitere massive Rallye bei den Aktienindizes. Und damit natürlich für einen Volatilitätsindex, der auf Multijahrestiefs bricht. Der potenziell sogar in Richtung Einstelligkeit kollabiert. Man muss aber auch dazu sagen, das ist hier aktuell das ideale Umfeld auch nochmal hier für eine Bärenfalle beim Wix. Und potenziell dann wirklich für eine Bullenfalle bei den Aktienmärkten, die dann natürlich auch zu einer Korrektur führen kann. Vor allen Dingen, weil wir sehen, dass dieses Kollabieren des Volatilitätsindex heute so ein bisschen ins Leere läuft. Denn wir haben beim S&P 500 kein neues Verlaufshoch abgeholt. Das haben wir am Mittwoch gesehen bei 4.569 Punkten. Also das ist jetzt hier aktuell so mal eine Zone, die wir beobachten beim S&P 500. Kurse unter 4.550 Punkte würde ich zum jetzigen Zeitpunkt schon als kritische achten, weil uns dann dieser kurzfristige Aufwärtstrend hier bricht. Und dann müsste man hier mal mindestens mit einem Pullback rechnen in dem Bereich 4.500. Und ob es dann hier direkt für ein höheres hochreicht oder ob wir dann hier im Prinzip so eine kleine Struktur von der Schulterkopf-Schulterformation ausbauen, um wirklich die 4.400 Punkte zu testen, das müssen wir abwarten. Deswegen ist wichtig, S&P 500 Preissalarme setzen unter 4.550 Punkte. Wir sind hier extrem gut gelaufen. Wir sind hier auch in der Nähe der bisherigen Tops des 52 Wochen hoch, sehen wir bei 4.600 Punkte. Die bisherigen Tops, die wir danach im August nochmal gesehen haben, sind hier im Bereich 4.550 Punkte. Das sind wir zugegebenermaßen, aber auch drüber. Und wo wir aktuell auch drüber sind, deswegen nochmal umso mehr Fokus auf die 4.550. Das ist das 88er Fibonacci zu den bisherigen 52 Wochen hoch. Drüber ist der S&P 500 weiter als Bullish zu sehen. Vor allen Dingen, wenn er sich hier neue Verlaufshochs abholt, dann die Rallye in Richtung 4.600 Punkte. Und wenn wir das rausnehmen sollten, neue 52 Wochen hoch, dann gehen wir in Richtung Allzeithochs 4.745. Allerdings, wie gesagt, unter 4.550 Punkten triggern wir meines Erachtens hier mal den Dip in dem Bereich 4.500. Und ob das dann hier direkt nochmal reicht für neue Hochs oder ob wir dann eben die Etage tiefer gehen, das müssen wir abwarten. Und deswegen stellt euch heute ruhig nochmal die Frage, wie bin ich aktuell positioniert? Cashquote, wo sitze ich auf dicken Gewinnen, wo würde mir eine Korrektur potenziell wehzonen? Und dann kann man durchaus hier in Topnähe auch nochmal etwas Gewinne mitnehmen. Wir kommen zum Nasdaq 100. Wir sehen die 16.000 Punkte. Das ist hier das extrem wichtige Level. Wir hatten auch hier am Mittwoch ein Verlaufshoch und damit auch ein neues 52 Wochen hoch beim Nasdaq. Und das waren 16.126 Punkte. Und jetzt sind wir gerade über den bisherigen 52 Wochen hoch. So und halten die derzeit für den Moment als Support. Das war natürlich das Level vom 19. Juli. Das sind genau 15.930 Punkte. Ich würde mal sagen, über 15.900 Punkte ist der Nasdaq hier grundsätzlich freundlich zu sehen. Aber wir sehen es auch hier so ein bisschen, auch das Pattern, dass sich der Markt hier eben festfrisst. So richtig impulsiv geht es hier nicht mehr nach oben, wie wir es eben in den Tagen und Wochen zuvor gesehen hatten. Und unter 15.900 Punkte, da müssen wir uns hier auf der linken Seite nochmal so ein kleines Support Level, da müssen wir uns dann darauf einstellen. Wobei hier hat auch die 20er Linie im 4-Stunden-Chart zusätzlich gestützt. Da sind wir jetzt für den Moment sogar drunter. Also unter 15.900 halte ich dann hier einfach die Zone von 15.700, 15.700 Punkte für eine wichtige Supportzone. Und das ist dann ähnlich beim S&P 500 mit den 4.500 Punkten. Kann man das dann halten als Support oder gehen wir dann wirklich eine Stufe tiefer und laufen dann potenziell in Richtung 15.500, 15.300 mögliches Pattern einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Und Zukunftsmusik, aktuell achten wir darauf, kann er die 15.900 Punkte halten. Der Markt versucht sie derzeit zu kaufen und dann ist auch völlig richtig, über 16.000 Punkte ist der Nasdaq definitiv bullish zu sehen in Richtung neuer 52 Wochenhochs. Falls sich das hier fortsetzen sollte, ist die Zielzone bei 16.440 bis 17.000 Punkte und da sprechen wir dann langsam aber sicher schon über Allzeithochs. Wenn du die Reichweite von dem Video deutlich erhöhen möchtest, lass sehr gerne dein Like da, abonniere auch den Kanal und schreib vor allen Dingen auch gerne einen Kommentar unter das Video. Und damit kommen wir zum Dow Jones und im Gegensatz zum Nasdaq und zum S&P 500 zeigt uns der Dow Jones heute ein neues Verlaufshoch, aktuell mit 35.400 Punkten. Wir sehen hier ein kleines Rising Wedge im 4-Stunden-Chart, das müssen wir jetzt mal ganz genau beobachten. Das ist jetzt nichts, was wir nicht auch schon bullish gebrochen hätten. Wir erinnern uns gerade hier, da haben wir auch über genau das Gleiche gesprochen, haben wir es auch aufwärts gebrochen. Allerdings sind wir jetzt hier schon durchaus an extrem wichtigen Levels unterwegs. Man muss aber auch dazu sagen, dass der Dow Jones jetzt hier gerade aus dem 88er Fibonacci der Downside seit den 52 Wochen hoch ausbricht. Über 35.300 ist der hier bullish, ist der hier potenziell auch brandgefährlich. Allerdings achtet mir trotzdem auf diese Widerstandszone hier, die ist ja völlig offensichtlich. Das sind hier die Levels von August und Juli 2023, eben die bisherigen 52 Wochen hochs. Die laufen hier zwischen 35.300 und 35.500, das müsste knacken. Und dann geht der Dow Jones auch eben in Richtung Allzeithochs, in Richtung 36.600 bis potenziell sogar 37.700 Punkte. Allerdings ganz klar an Rising Wedge immer ein gewisses Warnsignal. Auch wenn wir es in diesem Jahr schon häufig gesehen haben, dass sowas bullish gebrochen wird. Aber die Indikatoren zeigen es uns ja auch an. Der 4-Stunden-Chart ist heiß gelaufen im Verhältnis zu diesem Top, was wir gesehen haben. Auch etwas weniger bullishes Momentum, potenzielle bärische Divergenzen hier beim Dow Jones im 4-Stunden-Chart. Was aber nicht bedeutet, dass diese Aufwärtswägung sich nicht fortsetzen kann. Das möchte ich ganz klar dazu sagen. Was allerdings bedeutet, dass wir uns Kurse unter 35.300 Punkte definitiv etwas mit Vorsicht anschauen, weil das hier mal zumindest ein Pullback zur Folge hätte in dem Bereich 34.900. Und die eigentlich wichtige Supportzone beim Dow Jones, das wäre hier dieser Bereich von 34.400 bis 34.000 Punkten. Und damit kommen wir zum Russell 2000, dem Index der Small Caps. Und der hält sich weiter sehr, sehr gut, zeigt uns hier sogar lokal steigende Tiefs, gekennzeichnet mit dieser Aufwärts-Trendlinie. Jetzt gerade mit der letzten 4-Stunden-Kerze hier potenziell eine kleine Bärenfalle. Nicht überbewerten, keine Frage, vor allen Dingen jetzt nicht frisch vorm Wochenende oder kurz vorm Wochenende. Was wir sehen, ist ein horizontaler Widerstand. Der braucht hier endlich mal richtig 4-Stunden-Schlusskurse, deutlich über den 1.800 Punkten. Und vor allen Dingen brauchen wir natürlich den Breakout aus der 200-Tage-Linie. Wir brauchen den Breakout hier aus dieser Zone zwischen 1.800, 1.800 und 1.825 Punkten. Dann ist hier mal eine erste Zielzone zu sehen im Bereich von 1.860 bis 1.885. Allerdings, wenn wir danach die 200-Tage-Linie als Support halten könnten, dann haben wir mittelfristig deutlich höhere Kurse. Auch nochmal zu sehen beim Russell 2000. 52 Wochen hoch ist im Bereich der 2.000 Punkte. Russell 2000 beobachten wir ganz genau, aber auch hier muss man ganz klar dazu sagen, wenn er sich hier festfressen sollte und wenn auch in den Indizes potenziell etwas negatives Momentum reinkommen sollte. Da müssen wir beim Russell eine größere Korrektur auf dem Schirm haben. Zurück in den Bereich um 1.700 Punkte und dann hätte er prozentual Downside in etwa bis zu 6%. Und das würde gerade dann bei einzelnen Small Caps natürlich nochmal ordentlich wehtun. Russell 2000 zeigt uns hier für den Moment möglicherweise die Struktur eines aufsteigenden Dreiecks. Horizontaler Widerstand im Bereich von etwa 1.810 Punkte steigende Tiefs. Und dafür ist aber die Grundvoraussetzung, dass diese steigenden Tiefs intakt bleiben. Und das heißt, keine Kurse mehr unter 1.800 Punkte. Wir kommen zum deutschen Aktienindex. Und der zeigt uns hier wieder, Dow Jones derzeit mit der momentanen 4-Stunden-Kerze nochmal neue Verlaufshoch. Es ist jetzt auch über den 16.000 Punkten. Das ist natürlich hier ein wichtiges Level für den DAX. Aber dadurch, wie wir aktuell angekommen sind, das ist auch ein wichtiges Level für den DAX. Das war nämlich hier dreimal Widerstand und hat zu Korrekturen geführt im August und nochmal Anfang September hier auch nochmal zu einer Korrektur geführt. Zusammen mit den 16.000 Punkten. Das ist hier der wichtige Make-or-Break-Widerstand für den DAX. Wenn er das rausnimmt, wenn wir vor allen Dingen auch über 16.050 steigen, dann ist mein Ziel bei 16.300 Punkten mittelfristig dann durchaus auch allzeithochstenkbar. Aber jetzt lass uns hier das Ganze mal anschauen, wie er jetzt diese Rallye an diese 16.000, 16.030 Punkte hier verwaltet. Das kann nämlich jederzeit hier auch, wie wir es zuletzt gesehen haben, zu einem Pullback kommen. In dem Bereich um 15.600, 15.700 Punkte und das wäre dann hier ein Backtest der 200-Tage-Linie beim Deutschen Aktiendex. Das wird hier extrem spannend, wie wir nächste Woche hier in den Handel reingehen. Ich muss durchaus sagen, solange hier die 20er-Linie hält, wie sie aktuell hält im 4-Stunden-Chart, muss man möglicherweise sogar damit rechnen, dass der DAX die 16.300 Punkte abholt. Wenn er allerdings jetzt von hier zurückbricht unter die 15.950 Punkte, wenn wir hier wirklich den 20er-Schnitt rausnehmen, dann müsste man sich mit einer Abkühlung auseinandersetzen in Richtung 200-Tage-Linie. Wir kommen zum Hang-Seng-Index und der geht hier im Moment seitwärts am Support von 17.600 Punkten. Muss ganz klar dazu sagen, hier hat der Markt aber noch keine Entscheidung getroffen. Die allerjüngste Preis-Action war hier möglicherweise jetzt gerade ein Impuls nach unten, aktuell korrektiv nach oben. Ich schließe absolut nicht aus, dass wir hier nochmal die untere Trendlinie antesten. Muss aber auch dazu sagen, so deutlich unter 17.200 Punkten möchte ich den Hang-Seng-Index hier nicht mehr sehen. Darf hier ein bisschen drunter dippen, aber das müsste dann durchaus gekauft werden. Diese Aufwärts-Trendlinie seit dem Tief Ende Oktober, die möchte ich nicht gebrochen sehen. Und natürlich gilt weiterhin, Bullish ist der Hang-Seng-Index erst so richtig Bullish, wenn wir dieses Level rausnehmen. Und dann vor allen Dingen hier auch die 18.400 Punkte rausnehmen können. Dann Rally in Richtung großer Abwärtstrend, in Richtung 200-Tage-Linie. Und wenn wir diesen roten Abwärtstrend rausnehmen, das sprechen wir auch am Sonntag im Marktbriefing nochmal im Detail drüber, dann wäre der große Bärenmarkt am chinesischen Aktienmarkt beendet. Aktuell muss man ganz klar sagen, ist der Hang-Seng-Index hier genau in der Mitte der Handelsrange der letzten acht bis zehn Wochen. Damit kommen wir zu den Einzelaktien und wir beginnen mit Coinbase. Und Coinbase arbeitet hier potenziell an einem großen Breakout. Allerdings müssen wir hier jetzt ganz klar auf die Zone achten zwischen 114 US-Dollarn und vor allen Dingen den 125 US-Dollar. Coinbase ist eine Aktie, auf die bin ich gerade mittelfristig sehr, sehr Bullish. Aber das wird jetzt eben auch damit zusammenhängen, ob der Bitcoin den großen Breakout schon schaffen kann oder ob es hier nochmal einen Pullback gibt bei Coinbase in Richtung 80 US-Dollar. Wir haben aktuell die 200-Tage-Linie bei 75 US-Dollar. Drüber haben wir ein wichtiges Cluster an gleitenden Durchschnitten hier im Bereich der 80 US-Dollar. Und das wäre hier eine Zielzone nochmal für einen stärkeren Pullback bei Coinbase. Mir gefällt die gesamte Struktur hier aber sehr, sehr gut. Und meines Erachtens hier eine Wake-Off-Akkumulation mit jetzt vor allen Dingen im Jahr 2023 auch ansteigenden Tiefs bei Coinbase. Das ist meines Erachtens auch eine schöne Option, den Kryptomarkt im Depot entsprechend abzubilden. 125 US-Dollar sind mir extrem wichtig. Das ist von der gesamten Downside seit dem Allzeithoch, das wir ja gesehen haben am Tag des IPOs. Seitdem macht die Aktie übergeordnet oder hat die Aktie übergeordnet fallende Tiefs gemacht. Wir sehen hier das 23er Fibonacci, das sind die 125 US-Dollar. Wenn wir hier ausbrechen sollten, nächstes Ziel für Coinbase im Bereich von 180 bis 200 US-Dollar, 230 und 270 US-Dollar sind die weiteren Levels nach Fibonacci. Und die horizontale Widerstandszone ist dann hier erst gesehen im Bereich von etwa 200 US-Dollar. Seid jetzt aber gerade am extrem wichtigen Widerstand durchaus vorsichtig. Die Aktie hat jetzt einen Tages-RSI von 82, das ist hier fast ein Allzeithoch beim Tages-RSI. Man muss fast davon ausgehen, dass sie hier nochmal einen Pullback zeigt. Allerdings auch klar, wenn wir hier wirklich noch Schlusskurse bekommen sollten, kommende Woche über 125 US-Dollar, oder wenn der Bitcoin wirklich in Richtung 42.000 ausbricht, dann sehen wir bei Coinbase noch einen Impuls. Und dann kommt die Korrektur eben später von den 180, 160, 180 US-Dollar runter auf die 120 US-Dollar. Das wäre natürlich auch ein denkbares Szenario. Aktuell, wer hier noch stark investiert ist, kann natürlich jetzt direkt am Widerstand kleine Gewinne mal rausnehmen, sich eben auch die Frage stellen, wäre ich momentan vorbereitet auf eine Korrektur, die mich hier nochmal in diesen Bereich runterführt, oder möchte ich dann hier möglicherweise nochmal etwas nachkaufen. Potenzial kann man natürlich auch nach einem Breakout den entsprechenden Backtest hier nachkaufen. Coinbase aktuell am Widerstand, ist aber gerade eine Aktie, auf die ich mittelfristig sehr, sehr bullish bin. Wir kommen zu Tesla, heute nahezu unverändert, ein kleines Plus von 0,5%. Habt mir aber bitte diesen Bereich hier auf dem Schirm. Der Markt frisst sich hier ein bisschen fest, nachdem wir nach oben gegappt sind. Das haben wir zuletzt hier schon mal gesehen. Danach gab es nochmal ein Gap nach oben auf eben die aktuellen Levels. Aber hier sehen wir jetzt eben auch gerade diese extrem wichtige Widerstandszone von 242 US-Dollar. Heute Widerstand an der 50-Tage-Linie, das haben wir bitte ganz klar auf dem Schirm Pullback in Richtung 220, 222 US-Dollar. Darf hier niemanden überraschen, würden wir die Kurslücke schließen. Das wäre dann potenziell sogar bullish in Richtung weiterer Impuls, in Richtung Abwärtstrend. Wenn wir den rausnehmen sollten, Kursziel 300 US-Dollar potenziell drüber. Wichtig wäre mir aber, dass wir die 200-Tage-Linie hier nicht mehr brechen. Ansonsten, wir hatten zuletzt eine sehr starke Seite zur Downside. Wenn wir uns jetzt hier wirklich auch final Widerstand holen sollten, darf man nicht ausschließen, dass sich Tesla potenziell sogar nochmal tiefere Kurse abholt. Jetzt hier ganz knapp unterm Widerstand sollte man wirklich ein bisschen vorsichtig sein. Bei Tesla auf den Gap Close haben wir in etwa ein Abwärtspotenzial von 5%. Auf den Support, den wir jederzeit auch nochmal backtesten könnten, hier unten wären es etwa 12 bis 16%. Und wenn es von hier neue Tiefs geben würde, wenn es eine größere Korrektur werden sollte, dann sogar etwa 30% Abwärtspotenzial auf dem Bereich von 160 US-Dollar. Dann erst die 52-Wochen-Tiefs wären nochmal deutlich tiefer. Tesla muss aus den 242 bis 245 US-Dollar ausbrechen, um wirklich den Abwärtstrend hier in Gefahr bringen zu können. Ansonsten müssen wir uns hier auf einen milden Pullback erstmal einstellen. Für mehr Aktienanalysen und Trade-Ideen kommst sehr gerne auf den Discord und werde 10x-Member. Dort kannst du dich mit über 350 Mitgliedern austauschen und profitierst ab 4,99 Euro im Monat von meinen täglichen Markt- und Aktienanalysen. Wir kommen zu PayPal heute mit einem leichten Minus von 1% und langsam wird es hier richtig spannend zwischen der 50-Tage-Linie, die weiterhin Widerstand ist, und der 20-Tage-Linie, die wir nicht mehr gebrochen sehen wollen. Das engt sich jetzt hier ein zwischen etwa 56 US-Dollar und 30 Cent bei der 50-Tage-Linie und etwa 55 US-Dollar bei der 20-Tage-Linie. Das wird jetzt hier so ein bisschen die Make-or-Break-Zone für PayPal drunter, weil wir sie nicht mehr sehen. Ich möchte auch nicht mehr, dass diese untere Trend-Linie von diesem Falling-Wedge hier bricht. Und wie gesagt, über die 20-Tage-Linie haben wir uns in den letzten Wochen immer wieder unterhalten. Das ist für mich die Zone, die halten muss bei PayPal. Und wenn wir den Breakout triggern, vor allen Dingen baut sich jetzt hier natürlich so ein kleiner Konter-Abwärtstrend mal auf im Rahmen dieser aktuell übergeordneten Aufwärtsbewegung. Und der nächste Impuls, der würde uns dann in Richtung 60 bis 62 US-Dollar führen, potenziell sogar in Richtung 200-Tage-Linie. Allerdings, wenn es das jetzt hier potenziell gewesen ist mit Aufwärtsbewegung, dann müssen wir uns mindestens darauf einstellen, dass nochmal die Tiefs getestet werden. Im großen Bild haben wir natürlich auch nach wie vor den Bereich von 45 US-Dollar auf dem Schirm. PayPal nähert sich hier, muss man wirklich sagen, wie der Gesamtmarkt natürlich auch einer Make-or-Break-Situation.